so gut dieses mann war dir schlecht so also jetzt schießt du mal bitte nach vorne auf die rampe zu jetzt sagen wir mal drei drei nicht zwei nein nein wir kommen wir unterstützen einfach mal den alix weil ich meine der ist zwar ein bisschen nervig von der stimme her wo auch schick okay leute ich bin weg wusste doch mal vieles wie das haus um ja ich merke schon ich die ganze zeit körper ja körper nein ich hatte heute nacht das fenster offen gehabt war aber auch im fenster alt werden die jahre ist ein länder was gibt es ja nicht irgendwie das ist ja nicht nicht aufpassen. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Das war jetzt schon ein Fußballspielen. Das gehört doch nicht. Nein, alles gut. Guten Appetit, Leute. So lecker ist das nicht. Groß guten Hunger. Willkommen zurück. Schön, dass du wieder schlafen. Oh, ist das scharf. Ich dachte schon, schwarzer Pfeffer wäre scharf. Oh. Oh, Lepkomö. Puh. Hier, jawohl, hat funktioniert wunderbar. So. Ich mag Löwen und Fledermäus. Es ist doch auch... Mehmet! 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 Du bist ein beklubbter Vogel. Echt, weil du bist ein so großer Vogel. Du bist ein echt... Weil ich gegen sie halt... Der größte Vogel überhaupt aktuell. Nicht mehr... Ich bin der Obervogel, sondern momentan Mehmet ist der Obervogel. Soll ich heulen oder was? Was ist da jetzt los hier? Mehmet! Das ist unter Anführer. Ich merke das schon. Das ist euer... So. Das habe ich schon gemacht. Das ist ja mal ein geniales... Nein! 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 Verdammt. Okay, Leute. So legt man sich schlafen. Yay! Yay! Ohne Absicht hier. Ich bin einfach zu voll gewesen. Es ging... Nein! Warte mal. Ist das die Begutsamkeit? Ja. Na toll. Jetzt habe ich dann direkt das Schild wieder abgebaut. Ach Leute. Ich habe da jetzt nichts drauf. Was ist denn da los? Auf der ProMods Pharma wahrscheinlich... Lau! Entschuldigung. Aua. Genau. Was ein Karambulat. Vorfahrt. Sorry. Alles gut, Leon. Alles gut. Was ist denn das hier? Ich habe doch geblinkt. Was ist denn da los hier? Oh, nö. Jetzt fliegt er gleich fast. Oh, wir haben einen Unfall. Deswegen den Sicherheitsabstand halten hier. Wir fahren gerade... Äh. Aua. Mann, verdammt. Entschuldigung. Wir haben erstmal einen Unfall gebaut. Nimm das Zeug, wenn ich nicht zurückgehe. Jawoll. Das war eine 50er Subbombe. Mehmet. Du hast jetzt nicht nochmal 50 rausgehauen. Das ist... Nein. Oh. Ich dachte, das wäre nur die 25 jetzt nach gewesen. Nein. Geh die runter. Oh. Nein. Ja. Das waren viele. Ich habe es gerade so geschafft runter zu kommen. Oh. Ich habe es gerade so geschafft runter zu kommen. Und was essen die zur Vermehrung haben? Legen die Eier? Schafe? Ja. Schafe legen Eier. Alles klar. Nein. Weil das Symbol halt einfach mal da ist. Weil das Symbol halt einfach mal da ist. Sagt man. Die Leute wollen mich im Vogelkostüm sehen. Da habe ich auch Schiss drauf. So. Karjett consciousness. Hä? Nöööö. Ja, aber... Die erste war die schlimmste Überhaupt. Ja, und die erste wird ich jetzt schon wieder.... Kein개LEGGER! frei lecker. Wird wieder im Hintergrund sein hier. Da denke ich gleich wieder an Pauli in der Zeit. Oh, Lep? Le playing. Ja, auf jeden Fall schon ziemlich krass. Das wusste ich jetzt ja gerade so in dem Sinne nicht. Ja, ich liebe Creeper. Nein, ich nicht. Ähm, zwei Tage Wien und drei Tage Salz. Stimmt, genau, über das Ganze. Eieieiei. Ja, das war... Boah, echt? Ich habe mich nicht geachtet, du bist recht. Oh, echt? Du hast mich gerade darüber gecrasht. Ja, der steht zur Tür. Ja, der steht zur Tür. Du musst dir ja nur einhalten, dass das... Oha, oha. Jawoll, geil. Alter, ihr fliegt beide ab. Habt ihr den Helikopter? Was ist jetzt los? Hallo, lass es, Basti. Wollt ihr, wie ich das noch machen soll? Basti, lass es doch einfach, hä? Alter, das müsst ihr euch dann im Fliegen nachschauen. Das müsst ihr euch dann im Fliegen nachschauen. Ja, das ist total lustig. Ich schaff's doch auf. Mach dich denn jetzt los. Habt ihr den Helikopter aktiviert oder was ist da los? Was ist passiert? Was ist gerade hier passiert? Keine Ahnung. Was ist... Dann machen wir das so, dass du tanken gehen kannst. Das heißt, Lörg, Mensch. Wohin? Ja, mach doch mal Ausdrucksteigen. Wartet! Ah! Leck, ich hab nicht auf die Bremse gedreht. Ich hab auf die Kupplung gedreht. Und da bringt das natürlich nix. Mensch. Ich hab eine Woche Koma und beinahe Amputation. Mann, ist mein, ist okay. So, Möp. Hallo, Peter. Schön, dass du reinschaust. Ja, schön, dass wir jetzt einfach... Ah, Mann! Dieses Chatlesen ist ziemlich anstrengend. Vor allem, wenn ich es lade. Ups. Einfach, hast du schon geklippt? Nein, es wurde noch nicht geklippt. Und es wird auch nicht geklippt. Nein, 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 nein. Oh. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ach, nee, ich bin schon richtig. Würde ja mitfahren. Internet holt mich aber in der neuen Wohnung. In der neuen Wohnung. In der neuen Wohnung. Das ist der Parkplatz, ne? Ach, verdammt. Nö. Ich dachte, das wäre richtig. Oh, nee. Wenn ich du wäre. Wenn ich du wäre. Aua. Ah, ja, 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 ja. Nein. Na, aua. Ah, leck. Ne, besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Wait. ho, nee, Cisco. Oh, nee,ЕТ. Wenn ich mich. Vielen Dank.